jetzt kommst du auch noch damit ja das war das letzte mal euer lieblingsthema ja ja dann bedient euch bitte schönes genug da für alle das kriegt ja nur nuckel das will ja nuckel haben dann soll das nehmen ich hab mein eigenes also ok korrupt ich hab mein eigenes sprach da nix da ist doch fast nix mehr da vergleich mal das letzte bild mit dem ersten bild und dann sagt mir da ist was das nix mehr da ist aber jetzt genug nix mehr als genug ich sehe dass das selber fallen wenn ich sitze na guck mal die bilder an ich kann dir das mal zeigen wenn ich sitze dann zeige mal jetzt nicht selbstständig voll kommt doch jetzt bestimmt zu mir kommt dann nicht ich glaube die versucht gleich flucht versuche und die schafft sogar ich glaube die hat so ein perk dabei wo die mehr flucht versuche machen kann so wie das aussah auch weiß ich nicht jaja es hört zumindest so aus der zieler zum hübschuhl die einer geht hoch und die andere kommt zu mir neben neben dem main hat die dumme sau den hergelock der geht hoch, ja, ja ach komm ja, da war die rennspuren gesehen oder wo die zwei gesehen haben, wo die sich geheilt haben ja, super ja, das ist ja die fress ich die, danke die haben sich doch da unten im main geheilt sie könnte ja auch mal einen hit und die dumme, nö sie blockiert mir den weg na, danke die wenigsten so macht den trend fertig, du Nuss bist du da oben? ich bin oben, ja ich bin oben, ja ok und der ist aber wenigstens fertig ich stelle die sich jetzt hier neben mich, geht an Jen, da lässt sie los, T-Bag und dann geht die wieder an Jen die spielen beide ein bisschen komisch, diese Macs ja da ist das ernst nicht so voll, T-B warum? weiß ich nicht, das fing von so an, wo ich den Karton ne halbe Stunde gehalten hab ja, hättest du den Karton ne halbe Stunde? weil ich nicht mit dem Nachbarn gequatscht hab ne halbe Stunde? ja fast ja, hättest du den Karton halt mal abgestellt nö so nach dem Motto MEIN SCHATZ das ist ja nicht mein Schatz, das ist ja der scheiß Lüfter, den ich gar nicht wollte ok, dann hätt ich ihn einfach aus dem Fenster geschmissen ja, wer gibt mir das Geld? der Nachbar? nein das ist aber doch schade und dann hab ich ja noch Sport gemacht hä? das ist halt ein bisschen verrückt manchmal cool das ist doch ein Klapsohn ich dachte gleich, ich bin doofie doof ah ah oder blödi blöd ah ah, das ist ja was anderes oder coolie cool manchmal boah, hat die's jetzt crapen lassen geil die sitzen auch nicht am Plan oder sowas, oder? ja, irgendeine von den Bildern hat doch ne kläubende Taschenlampe oder die einer, die wird festgeguckt und die andere, die muss doch die muss doch hin und her können, wie so ein Bruthaun ja, ja, hat sie bei mir auch gemacht vor allem, die kommt immer mit dem Killer zum Jen, die dumme Nuss das hast du grad eben schon gemacht die schmiert ab wie wie noch was ach komm lass uns das retten ok ok ok, wo rennt der Fleischböcker? dahinten jetzt geht die in den Schrank jetzt geht die in den Schrank was ist denn mit der kaputt? ja, ja, ja ich wissen vielleicht hatte ich irgendeinen Scheiß dabei, wo die äh komm, ich jagte mich schön ach, jetzt kommt's er zum Glück ok, der hat von mir abgelassen, oder? los jetzt geht's mom nachdem hat er schon der gejagt ich glaube die trollen auch beide ich glaube die gehören auch zusammen die rennt aber wirklich die ganze zeit hier nachher ey komm schon jetzt hat es wir mal jetzt hat es wir mal geschafft ein flashlight save hier ist noch ein gen der schick der ist angefangen aber nicht viel ich weiß ja besser als nicht wenn die woanders mit der rumtrampeln mit denen die sind ja auf der anderen seite irgendwo glaube ich ja am ende klatscht eh gleich neutral vermute auch vielleicht haben wir ja glück und genau das nöt hier in der killerhütte wär halt schon geil das ist mir mal passiert das ist mir mal passiert das stand ich an dem totem wo ich einfach das schatzverfahren kaputt machen der letzte gen geht an und auf einmal fängt das totem an mit leuchten während du es kaputt gemacht hast ja cool ghostface ist da einen wunderschönen nö 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 das ist kein nö schade ja die ist tot die hat doch die ausgänge die heilt sie auch nicht hoch ne und lass ich sie liegen also ich bin nicht da wo die liegt ich bin drüben auf der anderen seite also schräg von der ja ich bin da wo sie liegt ok aber dann lauf ich mal ok wenn die sich schulden ja hat mich gesehn wenn die sich schulden ja hat mich gesehn mach das ganz auf mach mal ganz auf mach mal ganz auf ja das reicht mir nicht er ist reich wenn sich er ist reich wenn sich er ist reich wenn sich so ein shit dreck Jetzt wirst du geheilt werden, die würde dich wundern Was machst denn du? Na lass dich doch wenigstens mal heilen Ey, wenn die dich permanent wegrennen würde, wären wir jetzt schon dreimal fertig Hättet die mir in der Zeit schon Kuchen backen können Cool, wärst du ein Schoko, Erdbeer, Vanille? Nein, nicht Vanille, nee Nein Nö, das hat auf jeden Fall nichts dabei Nö, das habe ich ja gepestet Wieso denn immer ich? Weil du hinter mir warst Das ist auch für fest Das ist auch für fest Das ist auch für fest Das ist auch für fest